Liebe Freunde der Osteopathie, ich denke mir, Andrew Taylor Steele hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns den Auftrag gegeben, genau zu schauen, was in einem Körper passiert und auch zu verstehen, was in einem Körper passiert. Genauso zu verstehen, wie die Zusammenhänge in einem Körper gestaltet sind. Denn nur über dieses Verständnis, glaube ich, und ich glaube auch, dass er das geglaubt hatte, haben wir die Möglichkeit, wirklich Prozesse therapeutisch mitzugestalten. Ja, um dies zu ermöglichen, haben wir eine Vortragsserie geschaffen. Mit dem Namen PNEI, Psycho, Neuro, Immunologie und Endrogynologie, gestaltet einerseits von mir, von Michael Bibaschek, Diana Stöckel und Moni Ebner. Wir haben uns da sehr genau abgesprochen und wollen euch eine Serie von Vorträgen liefern, die aus einem Guss sind und die schlussendlich Stück für Stück euch näher bringen wollen, den Körper besser zu verstehen. Unterstützt wird das Ganze von sehr viel begleitenden Videos und Vorlesungsmaterial. Ja, einige wenige Plätze sind noch frei und ich gehe und schnappe meinen. Tschüss. Danke.